Guten Abend, ich sitze hier mit Peter Laufer auf Weingut Laufer und wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema, warum sind die Landwirte eigentlich im Moment in Berlin? Geht es da um Corona oder um was geht es eigentlich? Ja, hallo. Wir haben gerade gesagt, wir sitzen beim Weingut Laufer. Ich bin natürlich auch Landwirt und Winzer. Uns beide trifft es im Moment sehr hart, dass die Frau Svenja Schulze ihr Insektenprogramm nächste Woche im Deutschen Bundestag, und zwar am Mittwoch, durchboxen will. Dieses Insektenschutzprogramm will verhindern, dass Landwirte in schützenswerten Gebieten, also in FFH-Gebieten, die ca. 8% der deutschen landwirtschaftlichen Flächen ausmacht, dass dort eigentlich kein Ackerbau, kein sinnvoller Ackerbau und auch Grünlandnutzung mehr stattfinden kann. Das heißt, kein Pflanzenschutz, kein Ackerbau auf 10 Meter an den Gewässern entlang. Also für uns Landwirte schrecklich. Und man muss auch sagen, man muss dagegen kämpfen, weil unser Versorgungsgrad in Deutschland sehr, sehr, also wir haben gerade eine Versorgung von ca. 90 bis 100% im Ackerbaulichen und wir haben auch die Aufgabe, die Welt zu ernähren. Und wenn man das so sieht, dann werden wegen diesem Insektenschutzprogramm auf der ganzen Welt Regenwälder brennen. Und es fällt ja auch für Deutschland, soweit ich das verstanden habe, eine große, also eine Krisenmenge an Fläche weg, wo Nahrungsmittel produziert werden. Ja, wir sprechen da von diesen 8%, das heißt 1,3 Millionen Hektar und nur, dass Sie mal eine Vorstellung darüber haben, 1,3 Millionen Hektar sind 1,8 Millionen Fußballfelder. Also auch nicht kann man diese Größe nicht vorstellen, aber es ist wirklich groß. Und es ist natürlich schlimmerweise, es ist natürlich für Berufskollegen, für einige Berufskollegen die blanke Existenzbedrohung, weil es gibt genügend landwirtschaftliche Betriebe, die komplett in FFH, in schützenwerten Gebieten sind, sei es in irgendwelchen Dalauen oder sonst irgendwo. Also es gibt Betriebe, ich habe das vor ein paar Tagen gehört, die sagen, und sie stehen heute in Berlin, die stehen schon 14 Tage da oben, da ist ein Betrieb da 400 Hektar im FFH-Gebiet und er sagt, wenn am Montag, am Mittwoch dieses Ding durch den Bundestag geht, dann hängt er sich auf. Also es hört sich jetzt schlimm an, aber es ist auch wirklich schlimm, das Ganze. Also es ist ja existenzbedrohend auf viele, also wenn ich jetzt allein überlege, wir sitzen ja hier oberhalb vom Aurachtal. Genau, wir haben selber, betrifft mich selber, genau. Und es sind ja auch sehr viele, also wenn man sich überlegt, dass Menschen auf die Straße gehen, ist es doch sehr verwundersam, dass in den öffentlichen Medien so wenig darüber berichtet wird, weil es sind ja, soweit ich weiß, mehrere hundert Schlepper jeden Tag in Berlin und man hört aber davon nichts. Ich glaube, 500 hattest du gesagt, sind es, ne? Ja, es ist was ganz Merkwürdiges. Es sind also täglich so circa 500 Schlepper, na, bis zu 1000 Leute, die jetzt 14 Tage da in Berlin stehen bei eisiger Kälte und sie haben vor lauter Verzweiflung, weil keine die Presse kommt, aber das ZDF und der Springer verlor mich, sie sind na, demonstrieren vor dem ZDF in ein Haus, sie haben sich hingestellt und es kam niemand raus. Also warum auch immer, man will mit Landwirten, na, nicht sprechen und das verstehen wir eigentlich überhaupt nicht, das Ganze. Genau, das ist ja auch der Grund, warum wir das jetzt heute auch nochmal machen und damit man den Leuten einmal näher bringt, um was es da eigentlich geht. Also die Landwirte demonstrieren für ihren Lebenserhalt, für ihre Existenz gerade. Es hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, es ist ein allgemeines Problem, weil wenn dieses Gesetz durchgeht, wird es nicht nur einer, es werden auch nicht nur zehn, das werden wahrscheinlich deutlich mehr sein, die dadurch ihre Existenz komplett produzieren. Das Ganze ist auch unberechtigt, dass man dieses ganze Insektensterben den Landwirten in den Schuhen schiebt. Außerdem, unsere Landwirtschaft ändert sich gerade in einer Maßgegend, sagen wir mal, von fluglosen Bewirtschaftungen und vielen anderen, wo wirklich, und auch unsere Pflanzenschutzmittel, wir haben halt ganz andere Mittel, wie vor 20 Jahren, und wir fühlen uns alleine schuldig da dran. Und man muss auch sehen, ich war, vor einem Jahr habe ich ein Bild gepostet, war ich in einem Hotel in Hannover, über die Dächer von Hannover, also ebenso über die Industriegebiete hinweg, diese vielen betonierten, zu betonierten Flächen, die nicht einmal oben ein Grasdach haben, oder irgendein Pflänzchen auf diesen unendlichen Betonwüsten. Oder mir hat ein anderer Freund von mir gesagt, er ist, der kommt aus der Fränkischen Schweiz und ist jeden Tag nach Bamberg in die Schule gefahren, 1980, sagt, mit seinem Vater, na, und das erlebt er immer wieder, sagt, wenn wir 1980, na, von Feuchheim nach Bamberg gefahren sind, da war in dem ganzen Tal, war früher alles dunkel, da waren ein paar Dörfer und sonst gar nichts. Jetzt fahren Sie heute mal von Feuchheim nach Bamberg und schauen Sie mal, wie viele Lichterquellen in diesem, na, Regnetztal, na sind. Und wir wissen doch, dass Lichter extrem schädlich für Insekten sind, dass die Lichtquellen überhaupt nicht gut sind. Man sieht die Steingärten draußen. Also bitte, liebe Verbraucher, ich will jetzt keinen Vorwurf machen, aber Insektensterbung sollten wir gemeinsam tun. Und was die Frau Schulze macht, ist eigentlich nur Populismus. Es ist ein, jeder, na, rennt den grünen Wählerstimmen hinterher und jeder meint, man muss auf den Bauern rumtrampeln, die mir eigentlich keiner liebt, die Natur, und keiner ist naturverbundener wie ein Landwirt. Und das heißt, du, Samsi oder du, wir kennen uns ja, wir haben selber auf dem Land, auf dem Betrieb erlebt, dass das Bild bei uns draußen eigentlich ein ganz anderes ist, wie es in der Presse, na, vorgestellt worden. Wenn man nicht, liebe Zuhörer, oder wer mich auch immer jetzt hört, kommt raus auf unsere Betriebe, schaut uns unsere Betriebe an, schaut in diese Augen, in diese FFH-Gebiete, na, und wenn das Insektenschutzprogramm jetzt so aufgelegt wird, wie es am Mittwoch passieren soll, nämlich keinen, na, Pflanzenschutz mehr in Tälern, in an Gewässern, an Gewässern, wir haben mit Spitzenknitting-Gewässern, wir haben Abstände von 10 Meter zu Gewässern. Aber liebe Leute, wenn ihr dann irgendwo an der Spree oder am Bodensee in Urlaub seid, dann bitte beschwert euch nicht, wenn euch die Schnacken, die Mücken halb totstechen, weil auch da, muss man sagen, ist Insektenschutz und ich sage mal, nicht wenig passiert, aber das vielleicht schneidet es nicht, ich weiß es nicht.